Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen Der Sky ist am Startgenau, also wir werden ja keine Runde Let's Talk mal wieder, ein bisschen mit Laber Mein Roxyo ist im Arsch Also mein Aufnahmegerät Roxyo Und es funktioniert nicht mehr Ich kann ihn mal aufnehmen Ersatz ist bestellt Roxyo Nachfolger von dem Teil, habe ich ja schon mehr und mal erwähnt Das kommt Mitte dieser Woche wahrscheinlich Und dann kann ich auch von der Xbox One aufnehmen Das heißt ich kann Livestreams aufnehmen Und so hochladen und mal so ein paar Specials daraus machen Problem jetzt des Weiteren ist Ich ziehe um Da sieht man es, da ist schon ein bisschen was zusammengepackt Ich habe jetzt eine neue Wohnung Am Dienstag ziehe ich um Pipapo, freue ich mich ein bisschen drauf Und ja Das ist eigentlich im Endeffekt alles was ich sagen wollte Ich habe dann eine 200.000er Leitung Demnächst in der neuen Wohnung Auch bei Unity Media bleibe ich, das ist total cool Es sollte auch dann Ende dieser Woche dann auch fertig sein Das heißt ihr müsst eigentlich das Wochenende wieder aufnehmen Und hochladen können und sowas Daher bitte noch ein bisschen etwas Geduld Und Alien wird weitergeführt Und Assassin's Creed wird weitergeführt Und wir haben ein paar Schöne Vorbereitungen für euch Als Let's Play Together Auch Skyrim wird weitergemacht Aber ich meine jetzt auch Let's Play Together mit meinem Streamy Partner Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche Und dann würde ich sagen Sehen wir uns irgendwann mal Auf Wiedersehen 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 Auf Wiedersehen